Gucken, sind wir schon live. Wie immer die Frage, heute mal wieder das Thema Combat 18, das sich jetzt hoffentlich erledigt hat. Mir ist ganz schön kalt hier heute. Heizung glüht. Schön, dass ihr da seid, Leute. Chat im neuen Fenster öffnen, ja. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid. Schön, dass ich mir heute die Zeit nehme. Schön, dass ich RTL heute meine Zeit geopfert habe. Im Nachtmagazin sehen wir uns dann, aber scheiß drauf. Eigentlich sollte es auch nur ein kurzes Statement irgendwie so werden. Würde mich eure Meinung interessieren. Ich habe ja hier auch viele dabei, die sozusagen Verbindungen hatten in den Rechtsextremismus und so weiter. Würde mich natürlich hier auch ein paar Meinungen interessieren. Erstmal schön, dass ihr da seid, Leute. Peace over, out noch nicht. Ich fand es ganz spannend, dass das heute Morgen passiert ist. Ahoi an die Leute von Twitch und YouTube. Es müsste auch der Stream hier wieder gut laufen. Auch die Bilder, die eingeblendet werden, das müsste jetzt alles wieder, müsste dann alles auch ganz gut laufen. David Grunzke sagt, nee, kannst du auch ruhig stehen lassen. David Grunzke sagt, ich habe keine Ahnung. Müsste man mal jemand, müsste man David Grunzke bei Facebook oder Google suchen, dann ruf ihn doch mal an. Und dann kann er ja gerne in den Stream hier kommen und dann hier Combat18 verteidigen. Tabai, Dankeschön für den Support für diesen Kanal. Dankeschön. Und das, was hier eingefügt worden ist, läuft schon wieder nicht, Matti. Das oder was das Team hier gemacht hat mit der Technik, läuft leider nicht. Dankeschön, Tabai. Dankeschön. Also, ist immer wieder dann schön, wenn die Leute sich dann so anmelden, wenn man so im Stream mit dem Clan-Namen müsste man mal googeln, immer so, wer dahinter steckt. Weil ich versuche, die dann ja auch immer mal anzurufen oder rauszukriegen, wer die so sind und versuche, mit denen Kontakt auch zu nehmen. Aber meistens gibt es dann keine Rückmeldung. Wenn ich hier so mit Clan-Namen sehe, ist dann immer sehr schade, dann würde ich ja gerne mit ihm hier im Stream darüber sprechen. Einfach mal irgendjemand, der dann hier reinkommt und dann darüber hatet und sagt, was er denn für Ahnung hat von dieser Materie, was ihn denn dann dazu bringt, darüber sprechen zu können. Und ich persönlich, wer meine Serie ein bisschen verfolgt hat, der weiß, ich habe mit Combat 18 meinen ganz persönlichen großen Ärger gehabt, die immer wieder eine Rolle gespielt haben. Heute in den Medien benutzen sie ja immer dieses eine Bild, das geistert seit, glaube ich, ich weiß gar nicht, seit wann das rumgeistert, diese Fahne mit, muss ich mal gucken, ob ich das anmachen kann. Darf ich das bei Google zeigen? So, warte mal, diese dänische Fahne, glaube ich, hier, so, hier, dieses Bild mit den Pistolen drauf, ich bin der Meinung, das ist sogar ein Bild hier aus ehemals Schleswig-Holstein hier oben, auch mit der dänischen Fahne und so weiter. Also, das wird ja immer benutzt, haben sie heute auch benutzt, ist für mich keine Überraschung, dass heute keine große, ähm, dass heute kein, ja, großer Fund passiert ist, ist für mich nicht die große Überraschung. Der Start hat sich da echt lächerlich gemacht. Schmalspur, Major, Dankeschön, meiner Meinung nach ist das Verbot schon längst überfällig gewesen, wenn man schon die 28er verboten hat, aber die C18, die Behörden weniger ist, ist das schon ein Paradoxon, finde ich. Finde ich auch, ähm, wartet mal ganz kurz, ähm, wartet mal ganz kurz, dazu muss man dann auch mal, dazu muss man dann auch mal sagen, dass nach meiner Meinung C18, genauso wie Schmalspur Major das gesagt hat, dass, ähm, ja, das C18 als eine Untergruppierung von Blatt & Anna hätte geltend können und das ist so, wenn Vereine verboten werden, werden die Untergruppierung und Ersatzorganisation mitverboten. Warum das damals nicht mit passiert ist, ist für mich, ähm, sehr schleierhaft, das muss man auch mal ganz klar sagen, man muss auch immer da, davon ausgehen, also, da sitzen natürlich auch in diesem Verbotsverfahren, das aus, ähm, Ministerium kommt, ähm, aus einem Landesministerium oder aus einem Bundesministerium, wie es diesmal passiert ist, ähm, ist das dann so, so, wartet mal, ist das dann so, dass natürlich dort auch Bürokraten sind, sitzen, die dann sagen, okay, ein solches Verbot muss auch, ähm, muss auch einer, einem Gerichtsprozess standhalten, wir wollen es nicht zum Arsch machen, wenn, wenn ein Verfahren stattfindet, dass sozusagen dann, ähm, ob politisch Linke, politisch Rechte oder auch religiöse, ähm, Extremisten dann ihren Verein wieder freiklagen können. Das heißt, die Sorge ist natürlich dann immer sehr groß, okay, wir haben nicht genug Beweise, die Last und was weiß ich und das Verbot wird nachher wieder aufgehoben, dann ist das ein großes Problem, wir haben das gesehen, wie das Gejammer war, wo das dann mit den, ähm, eingeschleusten V-Leuten war, wie bei der, wie bei der NPD, wo das Verbotsverfahren gescheitert ist und danach wurde ja kein neuer Anlauf genommen, was natürlich auch nicht notwendig ist, weil die NPD absolut keine Rolle mehr spielt und es ist vergeudete Zeit, vergeudete, äh, aufmerksamkeit. Und zwar, ich wiederhole es hier nochmal, weil, ähm, weil, ähm, weil Combat 18 sozusagen als der verlängerte Arm von der verbotenen Organisation Blood and Anna, ähm, nach meiner Meinung gegolten hat, sie hat sich aus anderen Motiven mal gegründet, auch irgendwas aus der National Socialist Movement England oder so, ähm, Saalschutz politisch, dann ins Musikgeschäft, sehr viel Bekriegung untereinander, ähm, Auch, nach meiner Meinung auch eine V-Mann-Affäre da, äh, mit dabei, also alles, äh, alles ist in dieser Organisation gegeben, was ich sonst grundsätzlich auf meinem Kanal ja auch immer erzähle, was dort los ist und, ähm, Combat 18 ist dafür das Paradebeispiel. Heute Morgen, wo ich das dann so mitbekomme, ich hab dann heute Morgen gleich getwittert, ich weiß gar nicht, ob die Leute wissen, wisst ihr, dass ich twitter, dass ich ab und zu zwitschere? Wisst ihr das überhaupt? Zwitscher, zwitscher. Ja, äh, über die Antifa können wir nicht reden, können wir selber, ähm, das können wir, äh, die Antifa können wir gerne ein anderes Mal besprechen. Jetzt, ich finde immer, eine Sache, die mich richtig nervt, jetzt hier, wer das geschrieben, Handwerker Hiking Shows Tutorial. Okay, cooler, langer Name, noch ein Wort und es sind zwei Sätze fast, ähm, what about, what about, what aboutism, ich hasse what about, ja, also, was weiß ich, ähm, immer alles vergleichen, heute in diesem Stream geht's um Combat 18 und genauso bin ich dafür, auch konspirative, gewalttätige, ähm, linksextreme Gruppen genauso zu verbieten. Reicht dir das als Antwort mit deinem what aboutism? Über die Atomwaffendivision, äh, werden wir auch noch sprechen, äh, aber, heute Morgen, wo ich das dann gesehen hab, in meiner Nachrichten-App, hab ich mir gedacht, boah, ja, was bringt's, was bringt's, im Endeffekt, okay, der Schlag ist, was es bringt, es ist eine lukrative Einnahmequelle. Wir, ähm, wir, ähm, wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen nicht vergessen, auch Combat 18 hatte oft den Namen C18 Money Machine. Ähm, ähm, sie wurde immer, ähm, sie wurde immer, sie war immer umstritten, sie war verpönt bei vielen, viele, die sich dort rumgetummelt haben, sich eine sogenannte Elite genannt haben, gehörten der geistig-moralisch nicht an. Kann man nicht verallgemeinern, möchte ich auch nicht mehr verallgemeinern. Aber es ging bei denen auch nach, es ist halt eine starke Einnahmequelle. Es gibt Menschen, in der, die sich zu diesem Arm dazuzählen, dazu muss man erklären, natürlich, C18 an sich ist jetzt nicht so eine Gruppe, wie man beitritt, dass man sagt, ich trete jetzt, ich trete jetzt, was für, was kann man dann als Vergleich sagen, was kann man denn als Vergleich sagen, was man da beitreten kann. Also, das ist ja jetzt keine, keine Organisation, also wo man sich meldet, äh, da gibt's dann einen Mitgliedsantrag und sagt, ja, jetzt bist du dabei und wenn du ein Jahr Mitglied hast, hier, so wie bei YouTube, hier, wenn man YouTube hier bei mir auf dem Kanal Mitglied ist oder sonst was, dass man dann mitmacht und dann macht man eine Mitgliedschaft und ist man dabei und dann auf einmal, ähm, trifft man sich mit, äh, Leuten dabei, trifft man sich mit Leuten, die dann darüber sprechen, wie man, äh, vielleicht, äh, terroristische Akte durchführt, wie man Menschen angreift, wie man versucht, die Demokratie ins, ähm, ins Wanken zu bringen. Das geht natürlich nicht so. C18 soll ein, äh, führungsloser, führungsloser Widerstand sein, führungs, führerlose Gruppen. Ich hab eben, ähm, ich hab heute im Fernsehen ganz viel Blödsinn gehört, das muss ich auch ganz, ganz ehrlich mal sagen, ähm, von Menschen aus Politik oder sonst was, die sich heute ihr Wissen über Google geholt haben und so weiter, ähm, die dann auch gesagt haben, ich hab heute Politiker gehört, äh, gehört, äh, die gesagt haben, ja, ganz, äh, stramme, straffe, hierarchische Strukturen und so weiter. Den Weg gehe ich nicht mit. Also grundsätzlich gibt es im Rechtsextremismus schon immer, ähm, gibt es schon immer hierarchische Strukturen. Einer muss der Boss sein, es ist, äh, sehr da an den Militarismus rangelegt und so weiter. Aber, ähm, dass ich jetzt sage, es gab, es gab die und die Führer, die und die Leute und so weiter, das gab es vielleicht in kleinsten Gruppen, in Zellen und so weiter, äh, aber hier, dass das jetzt eine klare hierarchische Gruppe ist mit, was weiß ich, 50 oder 100 Leuten, was heute, ähm, was heute so behauptet worden ist, das glaube ich nicht. Grundsätzlich kann jeder, der das für richtig, ähm, wer das für richtig hält, ähm, kann bei so einer Gruppierung mitmachen und diese aus dem Boden stampfen. Also, wenn heute drei Idioten sich einig sind, ähm, dass die, dass die sich dann Combat 18, äh, Buxtehude nennen oder so. Ja, ja, das ist überhaupt kein Problem. Wer, wer soll es verbieten? Also, da kommt jetzt nicht Will Browning, der das damals auch mit aus der, äh, mit gegründet hat und dort, äh, der kommt ja dann nicht rübergeflogen und sagt, das geht nicht, das, 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 so funktioniert das nicht. Grundsätzlich, wie gesagt, der Schlag, der heute funktioniert hat, das, was heute der Staat, das Bundesinnenministerium gut gemacht hat, ist, das öffentliche Zeigen der Symbole ist ab heute verboten. Ich kann mir vorstellen, dass wir schon morgen ein T-Shirt sehen, ähm, mit dem, mit dem C irgendwie, mit dem C irgendwie rübergeixt und dann eine 18 und dann ein Verbotenschild drüber, äh, Support your local forbidden C18 Machine, Support T-Shirt 24,90 Euro und dann sind wir wieder, ähm, da sind wir wieder bei der C18 Money Machine. Ja, also, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das morgen schon kommen wird, da reiben sich heute schon einige in den Versenden die Hand und, ähm, ich selber habe ja sehr, sehr viel von C18 und auch im Namen der Verbotenen Blood & Anna Organisation, besonders aus Österreich, T-Shirts, ähm, produziert im Namen von Blood & Anna und auch C18. Ich hatte damals meine Kontakte nach England. Also, das, was es heute gemacht hat, ist, ähm, sie haben den Geldhahn zugedreht, ja, also, sie haben den Geldhahn zugedreht, das wird auch einige treffen, weil es ist so eine Art Markenname. Ich selber muss ja auch immer, ich muss da immer so ein bisschen drüber schmunzeln, wenn, ähm, so, für diese Berichte heute wurden natürlich Bilder rausgeholt, ja, da müssen besonders martialische, martialische, äh, Typen gezeigt werden, die diese T-Shirts und, ähm, und diese, ähm, also, die diese T-Shirts tragen, die besonders auch aussehen in diesen T-Shirts, ja. Ich persönlich bin dann immer der Meinung, wenn wir über C18 sprechen, jemand, der dieses T-Shirt dann trägt, also, wer, wer zieht sich schon ein T-Shirt an und sagt, ich fühle mich zugehörig zu einer Terrororganisation oder, oder die es ja bis gestern noch nicht war, aber zieht ein T-Shirt an und zeigt sich damit öffentlich, dass ich zu dieser gewaltbereiten Gruppe bin, also, für mich war das so ein Statement eher, ja, also, von diesem T-Shirt sind jetzt, sind jetzt, weiß ich nicht, zehntausende T-Shirts sind davon verkauft worden, also, wenn das, wenn das mal reicht, also, das, das, ich glaube, das hat, da habt ihr keine Vorstellung von, was diese T-Shirts dann über den Ladentisch gehen, heute ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger noch, aber damals, wo die ersten Motive rauskamen von C18 und so Support-T-Shirts von Blood & Anna, die sind gelaufen, die sind in tausende Stückzahlen gelaufen. Ja, also, dass man das so auffällig anzieht und dann irgendwie so dazugehört, ist irgendwie für mich, ja, kann man nicht irgendwie ernst nehmen, ja, also, die Leute, die sich diesem, dieser Ideologie von C18 zugehörig fühlen, die tragen diese T-Shirts nicht. God of War schreibt hier gerade im Chat und, äh, das sehe ich genauso, der schreibt, ach, ein C18-Church ist so ein Ego-Ding, zu zeigen, dass man hart ist, ja, ja, genau. Man möchte allen zeigen, ich bin hier ein richtig großer Babbo und, äh, bei mir ist, äh, richtig hart was los und, ja, dann trägt man ein gelbes T-Shirt mit schwarzem Druck drauf, äh, wo C18 draufsteht. Ich habe heute davon ganz viele lustige Bilder gesehen und bevor das jetzt hier jemand hatet, ihr wisst, alte Bilder von mir, ich sah auch ganz fürchterlich aus, besonders mit diesen bedruckten T-Shirts, die Ausstrahlung, die man hatte und so weiter und das ist eine Einladung an alle, die nachher dieses Video hier drunter haten und mich wieder einen Lappen, Verräter und Aussteiger und fetten Spasti nennen und was weiß ich. Ähm, ich reiche euch, wir reichen euch die Hand, viele aus dieser Community sagen, Hass teilen, Digga, wenn du der Meinung bist, dass du heute ist der richtige Zeitpunkt, ähm, so ein, so ein T-Shirt wegzuschmeißen und zu sagen, Mensch, eigentlich will ich das auch alles nicht mehr, dann kann ich dir versprechen, dass da draußen ein Leben auf dich wartet, das besser ist ohne Hass, ohne Gewalt und so weiter. Also, von daher, vielleicht motiviert das den einen oder anderen, und ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, dann heute mit der Scheiße aufzuhören, wenn du sowieso mit dem Gedanken gespielt hast, melde dich einfach bei extremmisslos.de. Also, das heißt, wir haben heute, ähm, wir haben heute einen wirtschaftlichen Schaden zugefügt, wir müssten auch uns mal ganz klar sagen, wenn heute, ähm, wenn heute Waffen gefunden worden wären, die in einem, die in einem, die in einem, die hätten vorzeigbar sein können, ich habe eben in den Nachrichten gehört, wo ich eigentlich erwartet habe, dass ich mit dabei bin, äh, ja, wir haben Pfefferspray gefunden, wir haben eine Baseballkeule gefunden, ja, da wurde nicht mal ein Foto von gemacht, weil sonst kennen wir das, die Polizei präsentiert das auf so einem Polizeitisch, dann wird dann noch eine, ähm, eine Hakenkreuzfahne hingelegt oder eine schwarz-weiß-rote Fahne, werden da Waffen draufgelegt und so weiter, das haben wir heute gefunden, werden dann noch drei T-Shirts hingelegt und so weiter, natürlich, um den Medien ein bisschen Futter zu kriegen, dass wir neue Bilder haben. Haben wir heute nicht gesehen. Das heißt, die, äh, die Funde, die heute da, dort, äh, passiert sind, werden gen Null sein. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass dieses Verbot keine Überraschung war für irgendwelche der Jungs, die sich dieser Organisation zugehörig gefühlt haben. Ich habe gehört, die Durchsuchungen sind gelaufen in, in Hessen, stimmt das? Hessen, Thüringen, Bengelburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, ist das richtig? Ich habe die Bundesländer eigentlich alle ganz gut drauf. Ja, also, dort sind Durchsuchungen gelaufen, das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Es wurde seit längerem darüber diskutiert, dass diese Organisation, äh, verboten gehört, besonders nachdem, nachdem, ich meine, ähm, in 2000, in Nordrhein-Westfalen auch, okay, Rheinland-Pfalz habe ich auch vergessen, okay, also, mehrere Bundesländer sind Durchsuchungen gelaufen. Besonders nachdem C-18, ähm, Combat 18 in Kanada als terroristische Vereinigung eingestuft worden ist und verboten worden ist, hat es sich, war es vielen klar, ähm, dass, Matti muss ganz kurz auf meinen Rechner, wartet mal ganz kurz, also, war es vielen klar, irgendwie, dass das auch nach Deutschland kommen wird. Hier gibt es aber bürokratische Hürden und so weiter und auch wenn Leute das immer nicht so gerne hören, ja, wir sind ein Rechtsstaat und dann muss man, dann muss man das auch beweisen können und dort, ich habe schon selber, äh, eine Verbotsverfügung bekommen. Diese Verbotsverfügung war, äh, ich weiß nicht mehr, 80 bis 100 Seiten lang und, ähm, die Leute waren natürlich darauf vorbereitet. Was soll man da großartig dann dazu sagen? Keiner, der, der einigermaßen, also, der in den Widerstand geht gegen, 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 gegen die Demokratie, gegen diesen Staat, den er hier so verabscheut. Der hat sich, der, der wird im Visier sein. Die Menschen, die heute erwähnt worden ist, Stanley Ayer und, äh, haben, ich weiß es nicht mehr, äh, Namen habe ich jetzt gerade vergessen, ähm, habe ich eben noch drauf gehabt, ist es auf jeden Fall so, dass die natürlich wussten, okay, das kann jederzeit kommen und jetzt, was hat die Polizei jetzt erwartet irgendwie, dass die jetzt zu Hause Waffen horten, Sprengstoff horten und dass die dort Listen finden und so weiter. Man muss mal dazu sagen, dass die Gruppe Combat 18, mit der ich auch Beef hatte, die mich auch erpressen wollten und viele andere aus dem eigenen rechtsextremen Lager, die hatten wirklich Listen sich, ähm, zugelegt, äh, mit Namen drauf, von Politiker, Polizisten und so weiter, an die man rangehen sollte. Auch hier waren Überschneidungen besonders und das ist auch bei jetzt aktiven Combat 18 Leuten zu sehen, gibt es hier auch Überschneidungen wieder in andere Milieus, auch Überschneidungen zu Rocker, auch zu Prostitution und auch zu Drogenhandel. Das sagt was, glaube ich, über die Menschen aus, die dort aktiv werden, die dort damit auch dann versuchen, ihr Geld damit zu verdienen. Ich habe heute sehr, sehr viel darüber gelesen, äh, auch ich musste mir ein paar neue Informationen holen, weil natürlich meins auch gewisse Jahre her ist, aber die Strukturen und die Abläufe sind nach wie vor, sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Und dann sagt doch mal die Namen auf der Liste, ja, ich soll jetzt, ich soll jetzt die Namen rausholen. Die Namen, also, da weiß man immer gar nicht, was man so manchmal so zum Chat sagen soll, aber jetzt ist es auf jeden Fall so, dass es mir klar war, dass hier keine großen Funde gemacht werden. Ich bin auch mir ziemlich sicher, dass, wenn, eine Person ist ja verhaftet worden, ist, ich glaube, meine Sten, die ist, der verhaftet worden. Und, ähm, entweder es wird ein Haftbefehl aufrechterhalten, der zwei Wochen standhält, dass heute ein Haftrichter gesagt hat, okay, wegen, weil Terror im Spiel ist und so weiter, werden wir mal gucken, ich gebe ihm zwei Wochen Zeit, das vorzubringen. Oder es gibt noch andere Delikte, die sozusagen einen Schuh daraus machen. Ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass das ziemlich schnell wieder rausgeht. Das muss jetzt auch ein bisschen unterfüttert werden und die Medien stürzen sich drauf. Ja, alle berichten drüber. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das jetzt alles so standhält, wie das jetzt auch gepusht worden ist. Dass diese Menschen, die sich dort zusammentun, eine Gefahr sind, steht für mich außer Frage. Und, wie gesagt, ich begrüße das Verbot, aber ich glaube, von der Seite her, dass es nicht an den Strukturen von C18 liegt, sondern von den Menschen, die sich dort so weit radikalisieren, so weit extremistisch werden, dass sie das Gefühl haben, sie können nur noch was mit Waffengewalt verändern. Dazu brauchen die keine Organisation, dazu brauchen die nicht Hammerskins sein, oder Blood and Anna sein, oder bei C18 sein. Dass, glaube ich, dann, wenn jemand den Punkt erreicht hat, dass er Frust hat, Hass hat und ein Gefühl der Machtlosigkeit, dass er von alleine losgeht und sagt, okay, im Namen von dieser Organisation und so weiter begehe ich diese Tat. Das ist, glaube ich, ähnlich. Da erkennen wir, glaube ich, eine große Parallele zu dem, was dann im Islamismus, glaube ich, passiert. Also, wir dürfen ja auch nicht mal davon ausgehen, wenn der IS sich bekennt, vielleicht zu einem Anschlag, dass die das im Endeffekt von ganz weit hinten gesteuert haben, sondern die Person, die dann einen Anschlag gemacht hat, fühlt sich der Ideologie nahe und hat das dann in deren Namen durchgeführt. Und das sehen wir hier jetzt, glaube ich, auch. Dieses Verbot wird heute nichts ändern, wird nichts ändern, weil das Verbot vielleicht sogar eher kontraproduktiv ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Ermittlungsbehörden gegeben hat, die gesagt haben, oh nein, bitte nicht verbieten. Ja, also, das ist so das Problem, dass man vielleicht, wenn es um ein Verbot geht, dass jemand noch konspirativer wird. Ja, also, das ist nochmal eine Steigerung noch mehr zu Untergrund. Es kann passieren. Also, das kann jetzt bei einigen dazu führen, zu sagen, okay, es ist jetzt verboten, es hat keinen Bock mehr, ich treffe mich mit den Leuten nicht mehr, Scheiß drauf, jetzt reicht es mir. Aber es kann natürlich auch dazu führen, besonders zu führenden Köpfen, die gesagt haben, okay, jetzt hat der Staat uns nochmal trocken gebummst. Rechner weg, Handys weg, Prozesskosten vielleicht und so weiter. Und jetzt wird noch eine größere Wut aufgebaut. Und man geht jetzt vielleicht auch in die Lone-Wolf-Taktik. Ja, also, dass man sich so entwickelt, dass man sagt, okay, ja, wir sind schon in Kleinstzellen und wir werden, die Ermittlungsbehörden werden mit Sicherheit, bei denen Durchsuchungen haben, wird mit Sicherheit wieder ein, zwei Idioten dabei sein, die irgendwelche Dinge aufgeschrieben haben, irgendwas wieder im Computer notiert haben, irgendwelche Listen geführt haben und so weiter. Da wird es schon irgendwas, da wird es schon irgendwas, da wird es schon irgendwas geben. Irgendjemand wird da schon wieder irgendwie was notiert haben und großdeutsche Reichsfantasien haben. Und dann sind Leute dann auch wieder angepisst von denen, mit denen man vorher dann sozusagen sich Combat 18 genannt hat und dann sich dann dazu entscheidet, okay, das Motto von, ich sage es jetzt mal, also es gibt ja mehrere Sprüche, die so Blood & Anna und Combat 18 auch benutzt haben. Da ist zum Beispiel einmal der Spruch natürlich von Blood & Anna, auch bei Combat 18, wenn man das gesagt hat, zum Beispiel whatever it takes, ja, also was immer benötigt wird oder was immer getan werden muss, sagt natürlich auch viel aus und dann gibt es natürlich den Spruch auch Trust Nobody. Ja, auch das haben diese Gruppierungen übernommen, wahrscheinlich aus anderen Milieus und jetzt kann das natürlich gut sein, dass besonders nach so einem Verbot so ein Kern sich rausbildet. Die sagen auch so, sich zurückziehen, dass sie jetzt mehrere Jahre nicht auffällig sind und auch eine stetige Radikalisierung für sich durchführen, ja, die dann nicht auf Demonstrationen gehen, nicht mehr auf Treffen gehen von Thorsten Heise irgendwo in Thüringen und sich somit kenntlich zeigen für die Polizeibehörden, für Überwachungsbehörden und so weiter, die dann irgendwann durch dieses Raster vielleicht nach 5 oder 10 Jahren oder 15 Jahren durchfallen, aber eine stetige Weiterradikalisierung für sich ganz alleine durchführen. Den zu stoppen, wie? Wie? Das sind die großen Probleme, vor denen der Zukunft diese einzeln radikalisierten Menschen aufzuhalten, die sich selber radikalisieren zu Hause und ich weiß nicht, ob es dann nicht besser wäre, oder wenn wir, wenn so eine Gruppierung wie Combat 18, dass die sich nicht ab und zu treffen, sich drüber unterhalten, wie viele T-Shirts sie verkauft haben, welche T-Shirts da sind und dann ab und zu, wo man jemand festgenommen wird, wenn sie sich dann anfangen, Waffen zu beschaffen. Dass in diesem Umfeld Waffen sind, steht für mich außer Frage. Dass die heute nicht gefunden worden ist, ist, ja, haben wir eigentlich, oder hat der Staat selber verbobbt? Ja, das ist einfach zu viel Vorlauf, das was passieren wird. Was hat man erwartet, ja, was gefunden wird? Das ist für mich dann echt die große Frage und das wird dann da auch nicht kommen. Also wird es jetzt spannend sein, wer von denen irgendwie dabei bleibt. Es wird mit Sicherheit Nachfolgeorganisationen immer wieder geben. Vielleicht beobachten wir auch so was, was auch vielleicht bei Rockerclubs passiert ist, dass sich ausländischen Gruppierungen angeschlossen wird, besonders in Skandinavien oder vielleicht auch in England. Aber ich glaube, es gibt auch Ableger in Frankreich und in der Tschechei. Also werden wir das vielleicht auch sehen, dass Mitglieder dann dort sozusagen sich Strukturen anschließen. Ja, ob es jetzt was geändert hat, ob dadurch die Sicherheitslage irgendwie erhöht worden ist, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Picken, schicken, schreibt das Blatt, ein anderer Verbot hat schon gezeigt, dass der Verfassungsschutz mittendrin ist. Ein Verbot ist nur symbolisch, ob C18, Blatt und andere NPD, die Behörden sind im wahrsten Sinne mittendrin statt nur dabei. Aber um Picken, schicken, um darauf vielleicht kurz einzugehen, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, es ist ja auf jeden Fall, wer immer in extremistischen Gruppen, wer in extremistischen Gruppen dabei ist, der weiß, der weiß, die Paranoia in den extremistischen Gruppen ist unglaublich ist unglaublich groß. Dieser Ausspruch Trust Nobody ist nicht nur ein Ausspruch, sondern es ist fast eine Sicherheitsmahnung an einen selber, weil jeder jedem misstraut. Und dieses Misstrauen hat ja der Staat dadurch hergestellt, dass er dazu übergegangen ist und hat gesagt, ja okay, wir sind jetzt nicht in einer beschissenen Serie, wir sind hier nicht in einem Walt Disney Action-Comic-Kack-Film, gucke ich immer nicht, es sei denn, alle sagen, ich muss das gucken und dann bin ich meistens enttäuscht. Ja, also wir sind jetzt in der Realität, das geht ja jetzt nicht so, in einer altgewachsenen Zelle, ich habe das vorhin versucht auch zu erklären, auch, viele dieser Zellen oder viele, die sich radikalisieren, die haben sich auch schon in jungen Jahren gekannt, die sind einen sehr langen Weg zusammengegangen. Da ist ein gewisses Vertrauen aufgebaut worden und diese Zellen werden dann versucht, sehr klein zu halten. Ja, also selbst wenn es so 7, 8 sind und man kennt sich 2, 3, 5 Jahre, das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, man schleust jetzt jemanden ein und dann nach 2 Wochen, yo, der kommt mal mit in unsere C18 Bunker Machine Hauptquartier Wolfschanze 88, ja, so funktioniert das ja nicht, sondern das sind oft lang, lang gewachsene Freundschaften, wo man dann abcheckt auch, okay, wen kennst du, wen kennst du, wo warst du dabei, warst du damals auf der Demonstration, ja, warst du in Berlin auf dem Konzert und da, ach, den kennst du auch, ja, cool, also das wird schon so ein bisschen abgecheckt. Jetzt kann man doch nicht sagen, dass dann irgendwie dass dann irgendwie ein Polizeischüler geholt wird oder fast wie ich von der Kripo und dem rasiert man die Haare kahl, zieht dem irgendwie Tattoo-Strümpfe über, also von Tribal und, und der soll jetzt auf einmal diese Gruppe infiltrieren von außen, ja, also, und nennt sich dann noch Kalle Beton, damit die Gruppe, damit die Gruppe das möglichst schnell glaubt. Das ist ja, das wäre ja, das, wie soll das funktionieren? Das heißt, das heißt, der Staat hat eigentlich nur, nur die Möglichkeit, nein, ich weiß, picken, schicken, das weiß ich, der Staat hat eigentlich nur die Möglichkeit, okay, wir müssen gucken, dass wir irgendjemand aus dieser altgewachsenen Gruppe bei irgendwas erwischen, wo Gefängnis droht oder sonst was oder anfällig für Geld und versuchen, den zu einem V-Mann zu drehen, aus diesem altgewachsenen Kreis und dafür, und dafür, das wissen auch alle, dass das so passiert, es gibt genug Beispiele dafür von führenden Mitgliedern, Gründern, auch aus dem Bereich des Blatt-en-Andern-Netzwerkes, auch bei anderen Organisationen aus dem Rechtsextremismus, dass es das gegeben hat, ganz weit führende Mitglieder, Gründungsmitglieder dieser Organisation, die diesen Kodex mit rausgegeben haben, die die Symbole gemalt haben auf dem Bierdeckel und so weiter und die wurden dann auch, weil sie bei, weil sie dann bei Straftaten erwischt worden sind, wo dann Gefängnis gedroht hat und so weiter, wurden sie dann angequatscht und vom Verfassungsschutz sozusagen umgedreht und haben dann Informationen rausgegeben. Das ist die Möglichkeit, um diese Paranoia zu verbreiten und die einzige Möglichkeit, an Informationen zu kommen. Also ich war mal ganz erschrocken, wie Leute gesagt haben, also da gab es auch wieder Politiker, die vielleicht lieber echt einen ehrbaren Beruf machen sollten, wie, was weiß ich, Garten, Landschaftsgärtner oder sonst was, aber die dann echt so sagen, ja die Polizei darf nicht mit V-Leuten und so arbeiten. Ja wie soll man denn an die Informationen kommen, schreib doch mal rein, wie soll man da reinkommen? Wie soll man da reinkommen? Meine Güte. Ja als wenn das immer so einfach ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben es ja dann auch mit Leuten zu tun, genauso wie wir waren. Man ist mega konspirativ, ja man ist paranoid, man wird abgehört, das Telefon ist feind, das Auto ist feind, was man da drin sammelt und so weiter. Räumlichkeiten, man guckt den anderen schon an, könnte der verkabelt sein und so weiter. Wie soll man denn da an Informationen kommen? Soll man sich dann, nimmt man dann den kleinsten Menschen von der Polizeischule und der soll sich dann immer verstecken in jedem Raum oder was? War jetzt kein Hate gegen kleine Menschen. Ja, also das muss man dann auch immer mal ganz klar sagen, dass das ein Mittel ist. Jetzt ist dieses Verbot da, ja, der Innenminister hat jetzt Lob bekommen, natürlich kommen dann auch alle um die Ecke mit Kritik und sagen, das kommt viel zu spät und bla und dis. Ja, klar hätte man das bei Blatt und anderen mit verbieten sollen, aber hilft es jetzt weiter? Wir werden sehen, vielleicht schmeißt der ein oder andere heute seine T-Shirts weg und sagt, ich habe den Mist satt. Aber ich glaube, dass sehr, sehr viele sich dem einfach nur anders wieder anschließen. Für viele ist es jetzt wahrscheinlich so eine Art Image-Problem, ja, aber dafür geht, dafür gibt es ja auch ganz viele andere bedruckte, lustige T-Shirts, die man dann tragen kann. Wir haben aber auch einen anderen Beweis und das war damals mit den Ortsgruppen, sage ich mal, vom Blatt und anderen, die waren vor dem Verbot, ich weiß nicht, wann ist blatt und anderen verboten worden, 2001, 2000, 2001, ich glaube irgendwie so, oder? Täusche ich mich? 20 Jahre, kann das sein? Kugelt das nicht jemand schnell? 2000, 2001, ich meine, sind die verboten worden? Das war schon ein Schlag für die, das war für die Strukturen, ähm, das war schon ein Schlag für die Strukturen. Ich hatte ja jetzt, äh, von einigen 2000, ah, okay. Gruß von hinter der Kamera, ja, Dankeschön. Ja, jetzt kommt irgendwie, äh, äh, Combat, Combat 17 plus 1 Machine, ja, so lächerlich das klingt, ich kann euch das, ich kann euch das sagen, ich würde eine Wette eingehen. Sagt mal einen Wetteinsatz, sagt mal einen Wetteinsatz. Sagt mal einen Wetteinsatz, ich, ich, ich würde gerne eine Wette eingehen hier mit der Community mal wieder. HSV-Aufstieg steht da auch noch zur Debatte. Ein Zehner, Zehner was? Zehner Liegestütze? Ne, wenn ich verliere, muss ich jedem von der Community einen Zehner geben? Ne, ein bisschen viel. Okay, also, naja, Grillen, Grillen wird dieses Jahr im Sommer noch stattfinden, aber nur für Leute, die Mitglied bei Patreon sind oder Mitglied auf diesem Kanal, das tut mir leid. Eine Flasche guter Gin, okay, also, ja, Domänen sichern, Kombi 17 plus 1, lol, ja, ab zu, ab zu Strato 1 und 1 oder was weiß ich, wie das alles heißt. Okay, beim Grillen, beim Grillen, okay, alles klar. Also, ich würde eine Wette eingehen, das ist keine, was sag ich jetzt, okay, ist schon eine schnell reagierende, äh, Szene, ich würde sagen, dass wir keine 3 Wochen warten, bis das erste, ähm, C18 Logo, also der Drache irgendwie mit dem Verbotensschild drüber, Support your local C18 Terror Machine, ich sage, das dauert keine 3 Wochen. Keine 3 Wochen. Ja, also, da bin ich, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das, äh, kommen wird, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Jetzt ging es ja auch, heute ging es ja auch um Zahlen. Ich war heute, heute muss ich, ganz ehrlich, äh, bin ich heute ein bisschen, ein bisschen durcheinander gekommen, ich habe hier auch eine Seite aufgemacht. Wer, wer sich mal interessiert, also ich gebe jetzt mal ein paar Props raus, die sind richtig gut in ihrer Recherche, die haben auch schon ein bisschen was damals über mich gemacht und so, ähm, wer immer dahinter steckt, immer, äh, riesen, riesen Ehre, hier steht über uns, warte mal, was steht da? Das ist das, äh, was steht da? Ja, also, das ist das antifaschistische Recherche- und Analyse-Team. Die sind sehr, sehr gut informiert. Ich möchte jetzt hier auf dem Kanal keine, keine Diskussion lostreten, aber ich will das nur mal zeigen. Nein, so, wo sind denn das? Recherche und Analyse. Mann, nein, jetzt ist das schon wieder weg. Okay, also, ich muss gleich mal dreimal nach hinten, dann muss ich gucken, nicht, dass ich vorne irgendwie eine Seite auf hatte, die ihr nicht sehen sollt. Nein, okay, so, so. Also, ja, so sieht das aus, das nennt sich EXIF, exif-recherche.org und die Jungs, ähm, und Mädels, die dort diese Seite betreiben, die sind mega gut informiert. Ähm, und dort sind sehr, sehr intensive Berichte, auch über die C18, äh, Terror Machine, C18 Money Machine, sind da sehr, sehr intensive Berichte. Hier sieht man das, Combat 18, ich hab das eben gesagt, wir werden mit Sicherheit zeitnah, zeitnah werden wir, werden wir hier mit dem Drachen irgendwie, wie hieß der Drache früher? Grisou, ne? Boah, ich hab ja Grisou geliebt. Grisou war super. Ich will Feierwärmer werden. Kennt keiner mehr, ne? Kennt jemand noch Grisou? Kennt jemand noch Grisou? Das ist Grisou. Das ist Grisou. Grisou. Warte mal. Drache. 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 Hm. Könnte man schon, könnte man schon verwechseln. Oder? Okay, Grisou. Okay, Legende. Ist so. Grisou war mein Spitzname. Okay, ja. Also, wir werden zeitnah, äh, da mit Sicherheit was sehen. Okay. Der Kleine wollte doch Feiermann werden, ja. Ja. Pick'n Schicken, der arme Grisou. Jetzt ist er wappnet dir das C18-Spacken. Hat etwas Ähnlichkeit mit dir. Warum? Auch etwas pummeliger? Nein. Also, diese Seite, Exif, kann ich euch sagen, wer sich für das Thema interessiert, das braucht man, das kann man, das kann ich jetzt hier mit euch nicht durchgehen, weil wir brauchen eine Stunde lang. Da ist so viel Material auf dieser Seite. Da kann man sich sehr, sehr intensiv mit beschäftigen. Ähm, das hat mit den Anfängen zu tun und so weiter. Also, wir sehen das auch hier, hier, wo das in Schleswig-Holstein war. Ähm, sieht man dann hier auch Bilder, die dann auch an uns rangegangen gehen. Hier gibt's dann, steht das dann drin über die Verbindung zu, ähm, dem Bandidos als Motorradclub und so weiter. Ähm, also, da ist, äh, wirklich sehr, sehr viel drin. Hier sieht man das, auch im August 2001 fand die Polizei beim Combat Team Pinneberg-Mitglied Markus Naujok eine Liste mit Namen, Anschriften und Lichtbildern von Politikern, Gewerkschaftsangehörigen, Polizeibeamten und Linken. Ja, ähm, ähm, also, das, äh, ist ja auch in meiner Story vorgekommen. Hier sehen wir auch den, äh, den Thorsten Heise jetzt, der in Thüringen NPD und so weiter. Also, muss ich sagen, hier, das ist wirklich exif-recherche.org, da ist ganz, ganz viel drauf. Auch mich findet ihr da noch drauf, in ganz alten Artikeln. Ich weiß nicht, ob die noch drin sind, aber, ähm, ist wirklich, und das ist, da ist schon viel gut recherchiert. Die haben natürlich auch immer das Problem, aber die sind an sehr, sehr viel Bildmaterial immer gekommen, da ist sehr, sehr viel drin. Also, hier sieht man dann die Logos mit Grisou drauf. Ähm, sie haben Videos, wie sie dann stehen und, ähm, wenn sie Bilder machen, so untereinander, Videos, wo sie sich treffen. Hier ist so, vielleicht mal ganz interessant, ist das dann hier, ähm, soll, das hier soll, so eine Art, ähm, ja, was steht da? Richtlinie? Richtlinie von Combat 18 sein. Ich kann da ja mal so was, so was vorlesen, ist natürlich sehr Rocker-lastig. Ähm, boah, Ralf K. Bauer hat gerade das Fieseste geschrieben, was ich heute im Chat gelesen habe. Ne, Grisou hat ähnlich stabile Waden wie du. Boah, das ist eine Frechheit, Alter. Okay, also, ähm, hier sieht man das so, Anwärterzeit sind sechs Monate, danach wird er von der gesamten Gruppe geprüft, um weitere sechs Monate verlängert wird, eine feste Aufnahme genehmigt ist. Keine Aufnahme unter 18-Jähriger. Ja, der Beitrag in Höhe von 15 Euro ist spätestens bis zum 15, zum die, zum jeweiligen, ähm, Monat zu bezahlen, äh, zum 15, des jeweiligen Monats zu bezahlen, 15 Euro. Kann man sagen, kann man jetzt noch keine großen Umsturzpläne mit planen, dann ist auch vielleicht ganz gut so 15 Euro, weil, wenn man dann, äh, bei einigen Waffen auf Schwarzmarktpreise guckt, dann dauert das glücklicherweise etwas länger. Ähm, wer zwei Monate nicht gezahlt hat, wird ermahnt, danach folgt der Austritt, so eine Klausel nimmt man nur rein, ähm, wenn die Leute nicht bezahlen. Genau, Austritt, ähm, Sektionen, Bruderpflicht, jedes feste Mitglied hat seinen Gegenüber innerhalb der Gruppe als Bruder zu behandeln. Ein Bruder darf einem anderen Bruder niemals Schaden zufügen. Persönliche Sachen sind aus der Gruppe völlig fernzuhalten. Zuwiderhandlungen hat den Austritt zur Folge. Nicht den Austritt, sondern den Rauswurf. So hätte, so hätte ich das formuliert, aber ich habe auch schon einige Richtlinien für Kameradschaften und für, ähm, Rockergruppierung mit geschrieben, mit entworfen. Kleiderordnung. 318, 318 Shirt, 318 Jacke, was heißt das? Hier, was ist denn eine 318 Shirt oder 318 Jacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe? Was ist ein 318? Ich brauche 3, 3 Combat 18 Shirts und 3 Combat 18 Jacken? Alles für den Drachen, alles für den Klo. Naja, also, hier kann man viel nachlesen, kann ich immer wieder, achso, 318 Shirt heißt das C18 Shirt. Alter, C, boah, ich muss den Stream sofort ausmachen, den Stream muss ich sofort löschen. Ich habe mich selber enttarnt als Oberidiot, gerade in diesem Thema. schreiben mir nachher sowieso alle drunter, ich habe keine Ahnung, wovon ich spreche. Ich habe zwar mit CIT zu tun, aber, ja, genau. Boah, also, jetzt bin ich, ähm, jetzt bin ich, jetzt bin ich, bin ich, weh raus. Ja, also, da sieht man dann immer wieder die Bilder. Muss man auch mal sagen, tut mir leid, jetzt um den jungen Mann, Digga, wenn du dich verändern willst, melde dich bei uns. Ähm, aber, keine Ahnung, also, das stelle ich mir halt so vor, wenn ich die Parallelen ziehe zu, äh, dem IS oder sowas, und, äh, die tragen dann hier Al-Qaida so öffentlich und so weiter und latschen damit dann irgendwie durch Frankreich, Deutschland und so weiter. Ja, ist halt, wer hat es vorhin geschrieben, äh, irgendwann hat es vorhin geschrieben, er hat, hat was mit Hartfühlen, Hart sein wollen fühlen, Hart sein zu tun, ich will hart sein. Bauchtaschenalarm, habe ich auch nicht gesehen, ich bin heute schlecht drauf. Bauchtaschenalarm, natürlich. Ja, und dann noch von Thor Steiner, also, das Premium-Produkt, das, die Premium-Bauchtasche, gut wäre jetzt noch eine Yakuza-Jacke um den Hals gewickelt. Tut mir leid, okay, also, immer wieder, ähm, immer wieder, was ich sage, bevor das hier Leute falsch verstehen, wenn ich dann jetzt hier auch so die Bilder durchgehe, jeder Einzelne von euch, der sich hier verändern möchte, der darf gerne, der darf sich gerne melden, raus da, ihr werdet, ihr müsst diese T-Shirts nicht mehr tragen, man muss sich nicht selber Terror Machine nennen, und so weiter, und ihr werdet wieder eine Chance kriegen, wenn ihr keinen Bock mehr habt, auf diesen Hass, auf die Fremdenfeindlichkeit, und auf die Gewalt, und so weiter, dann könnt ihr, dann könnt ihr da raus. hier sind dann so Kontoauszüge hier von den Mitgliedsbeiträgen und so weiter, einer hat hier wohl, achso, ne, fürs Hotel 50 Euro erstattet, wenn das mit Frühstück war, war das jetzt nicht so, ähm, war das jetzt nicht so die beste Absteige. Na gut, gut, also, die Seite wirklich sehr, sehr viel drin, sehr, sehr viel, was die recherchiert haben, hier, äh, eine Hochzeitsfeier, wie man sich das, wie man sich das so vorstellt, Hamlet, Dankeschön für den Support, für den Kanal, Dankeschön, ähm, also, das ist doch mal, äh, ein Erinnerungsfoto von der Hochzeit, äh, Mensch, da werde ich ganz, ja, um den jungen Mann ging es heute hier, Stanley Röske, der auch verhaftet sein soll, warten wir mal ab, wie es dabei weitergeht, ihr könnt sehr, sehr viel hier, ähm, selber lesen, wie gesagt, äh, und, ähm, ja, kann man sich selber recherchieren, die ganze Seite hat da viel zu tun. Ich wollte jetzt ja auch hier drauf kommen, auf die, auf diese, auf diese Seite, müssen die die Namen nicht schwärzen, ich weiß es nicht, also, die Seite ist im Netz, äh, und, äh, ich glaube, viele derjenigen präsentieren sich auch, sehr öffentlich, also, wer jetzt auf eine Demonstration geht, der muss damit auch rechnen, dass er irgendwie abfotografiert wird, und wenn man sich dann C18 Terror Machine nennt, das ist es genauso, ich kann mich auch nicht aufregen, dass es altes Kackmaterial von mir gibt, wo ich genauso noch aussah wie die Jungs, ähm, da kann ich mich jetzt auch nicht aufreden, das war jetzt nur mal so, das war jetzt nur mal, so gehört mit dazu, aber, ich kann es allen sagen, die raus wollen aus diesem Extremismus, Leute, ihr könnt das, ihr könnt das, ihr könnt das schaffen, und dann seht ihr danach auch wieder anders aus, man kriegt einen freundlicheren Gesichtsausdruck, so, Spiegel verkehrt, ja, also, ähm, das kann jeder schaffen, hier ist jetzt was ganz Interessantes zusammen, ich weiß jetzt auch wieder, dass C18, das C, der dritte Buchstabe, Alphabet ist, Alter, ich könnte mich selber, ich könnte mich selber, selber, ich könnte mich selber auch aufheigen, ja, also, ich habe nicht gedacht, die brauchen drei C18 T-Shirts, so ist das, Leute, leider, oha, mir fällt dir meine Lampe gleich um, ach, die macht doch, die macht hier auch das ätzende Licht, die an meiner Seite die ganze Zeit, also, so, und hier, hier, da bin ich heute, da bin ich heute drüber gestolpert, und zwar, ähm, die Combat 18 Deutschland Sektion in Ostholstein, in Ostholstein, ich, ich komme aus Ostholstein, ähm, ging aus der Kameradschaft CISMA hervor, mit den Jungs aus CISMA war ich, war ich, 99, 98, schon ab, 97, 98, relativ gut befreundet, mit, bei, mit denen ist das passiert, eine der Storys habe ich mal erzählt, wo ich mich im Eisladen, äh, die Tür zu halten, äh, musste, wo die Antifa, äh, mich durch die Stadt gejagt hat, und mich, äh, wahrscheinlich auch, höchstwahrscheinlich totgeprügelt hätte, wenn, wenn ich erwischt worden wäre, muss man mal auch ganz ehrlich so sagen, da hätte es mit mir auch nicht gut ausgesehen, und, ähm, ich wusste gar nicht, dass es aus der Kameradschaft CISMA, dass die Jungs hervorgegangen sind, die kenne ich, äh, teilweise nämlich noch von ganz, ganz früher, die, ähm, ja, ich finde, ich finde da, also ich gönne denen auch eine Veränderung, aber da habe ich einen ganz guten, da habe ich einen ganz guten Wandel gemacht, da freue ich mich für mich selber, habe ich früher auch nie gelächelt? na gut, na gut, ist hier aus der Gegend, ähm, ja, viele Bands hier aktiv, viele einzelne Leute, immer wieder, ähm, ich beschäftige mich auch ein bisschen mit den Strukturen hier, muss man immer mal so gucken, also wie gesagt, hier sehr, sehr viele Bilder von Treffen und so weiter, ist eine sehr, sehr umfangreiche Seite, ich wundere mich immer, wie sie dann aus so Privatfotos kommen, ja, das ist dann immer, wird sowas dann immer gepostet, und, ähm, Dankeschön Felix Magnetics, Dankeschön für den Support auf diesem Kanal, Dankeschön Leute, und, ähm, wer Lust hat diesen Kanal zu unterstützen, darf gerne Mitglied bei YouTube werden, oder Mitglied bei Patreon, ich freue mich da immer wieder drüber, wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch demnächst hier das neue YouTube Studio präsentieren kann. Ja, du hast gelächelt, ich sage nur zwei Revolver, Leonhard Schöpf, du hast recht. Also, ja, ähm, wie gesagt, hier ein Riesenmaterial, das kann man mit euch alles gar nicht durchgehen, ja, also man sieht das hier, Bands, Privatfotos mit Baby auf dem Arm, das ist heute, glaube ich, äh, Thorsten Heise auch hier, und, und, Division Chile, es soll auch Division Commit 18 geben, hier sieht man Verstrickungen weltweit, wo das hinführt, äh, Australien, äh, was ist das denn, Türkei? Ne, Griechenland. Okay, also, so, so, geht das so? Ja, USA natürlich, dann soll es nach Uruguay gehen, nach Kolumbien habe ich auch gesehen, Australien, normalerweise ist Neuseeland auch immer dabei, Finnland wundert mich, dass Russland nicht dabei ist, Russland ist ja auch immer zur Zeit ganz weit vorne, ähm, wenn es so um das Thema, äh, Nationalismus auch um viele, ähm, viel Rechtsextremismus geht, ach so, hier unten sieht man, äh, Grisungen ganz unterschiedlichen Farben, ja, also, wie gesagt, eine Menge Material, äh, was man hier konsumieren kann, ähm, also wirklich ganz, ganz viel, inwiefern das heute, inwiefern heute das den Strukturen geschadet hat, ähm, ist, bleibt abzuwarten. Ich sehe, ich stehe dem kritisch gegenüber, ich hätte ja gerne mal eine Meinung von Ermittlungsbehörden gehört, die tun sich ja schwer, dann sowas zu sagen, wir dürfen nicht vergessen, der Innenminister ist die oberste Instanz für die, und wenn der Innenminister sagt, das war ein erfolgreicher Schlag, heute gegen die rechtsextreme Szene in Deutschland und so weiter, dann, ähm, werden die Ermittlungsbehörden erstmal, die es mitgehen, ich kann mir vorstellen, in der verschlossenen Türen haben sie gesagt, schade, lass die doch weiter treffen, wir können die gut beobachten, die Gruppen waren infiltriert, waren mit V-Leuten voll und so weiter und wurden umgedreht oder geben Informationen gegen Geld raus, Informationen gegen Freiheit raus und so weiter, das muss man dann, äh, müssen wir mal abwarten, ja, also, das ist nicht ganz so einfach. Was es heute für die einzelnen Leute vielleicht auch heißt, kann natürlich sein, dass sie so in einer Art Heldenstatus auch wieder geben, wir haben, wir haben, äh, wir haben das schon ein paar Mal gesehen, auch im Bereich des Rechtsextremismus, wenn, äh, ein gewisser staatlicher Druck kommt, dass dann auch ein Heldenstatus entstehen kann, das haben wir dann bei Bands gesehen, natürlich sowas wie bei, wie bei Lanzer, bei Lunikow, ähm, was, ich dreh durch, Lübeck für 3-1 gegen Hamburg, Entschuldigung, passt in diesen Stream nicht rein, Mann, hat der, Hamburg ist so schlecht, ähm, jetzt bin ich völlig abgelenkt, ich kann kotzen, ich habe einen Faden verloren, muss ich ihn best aufschneiden, zwei Dinge kann ich schon rausschneiden, wofür steht das? 3? 3? Ja, ja, okay, Lanzer ist aber eine Ausnahme, ja, aber kann natürlich hier auch sein, dass es gewisse Leute gibt, die dann so einen Heldenstatus dann kriegen, oder sie bauen, oder sie bauen, äh, oder sie bauen, da so ein Mythos so drumherum, ich sage, das wird wieder, wie es wird wieder kommen, ja, Picken Schicken sagt jetzt gerade, sonst gibt es keine Legenden in der Szene, ach, komm, also Gigi von Stahlgewitter wird auch immer so gehypt, Luni von Lanzer wird gehypt, äh, dann wurden viele der amerikanischen Neonazis damals gehypt, so wie Ed von Bound for Glory oder so, oder irgendwelche, die dann schon, die wurden schon überall mal hofiert, und alle sind denen auch dementsprechend, ähm, tief reingekrochen, wenn es um die ging, ja, also die gibt es dann immer wieder, doch, die gibt es dann immer wieder, aber nicht so viele, da habt ihr schon recht, aber es gibt sie schon, ne, also, das ist abzuwarten, ich halte das heute für keinen Schlag gegen den Rechtsextremismus, ich glaube ja sowieso, der Rechtsextremismus muss anders aus den Köpfen raus, als diese Gruppierung, es wäre halt wichtig gewesen, hier vielleicht auch, ähm, eine Entwaffnung durchzuführen, es hätte vielleicht ohne drei oder vier monatige vorherige Ankündigungen passieren sollen, ja, dass wenn Kanada das verbietet und Deutschland diskutiert und die Politiker diskutieren, ja, es wird bald ein Verbot geben und so weiter, ja, dass man dann nicht irgendwie, ähm, dass man dann irgendwie nicht was findet, ist dann auch irgendwie mal, was soll man denn dazu sagen, es ist eher, das ist dann schon, ähm, ist dann schon schwach, und dann heute sich dafür feiern lassen zu wollen, ist schon ein bisschen, ein bisschen schade, es zeigt aber zumindest, dass eine gewisse Aktivität da ist, keine Ahnung, Nachfolgeorganisation und so weiter, es wird jetzt auf jeden Fall sehr konspirativ werden, ich bin, äh, ich bin sehr, sehr gespannt, geistig sind sie ja unbewaffnet, Ralf K. Bauer, ja, also, auch davon muss man sich natürlich lösen, ich sehe das jetzt nicht, bei CETN habe ich jetzt nicht das große, geistige Potenzial gesehen, aber wir müssen ja von der Denke weg, im Rechtsextremismus gibt es zur Zeit, sehr, sehr, viele, ähm, Menschen, die auch mit einer gewissen Bildung um die Ecke gekommen ist, ist ein Wandel da, wir sehen, wir sehen viele studentische, ähm, Verbindungen, die sich dort gründen und so weiter, es ist, äh, auch ein Spiel um Köpfe, es ist ein Spiel um Meinung geworden und so weiter, und da muss man aufpassen, und man muss jetzt auch heute mal ganz klar dazu sagen, über welche Zahlen reden wir, ja, wenn wir davon ausgehen, die NPD, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die NPD zur Zeit noch, ich glaube keine 5000, oder, wo sind die, 3, 3,5.000, überhaupt, haben die noch 3,5.000 Mitglieder, weiß das jemand, The White Kill Pyro, wäre ich nie drauf gekommen, dass du rechts bist, der Name macht dich sehr unauffällig, fehlt nur noch 3 plus 18 im Namen, ich bin halt ein Rechter, jeder hat seine Meinung so wie er will, weißt du, das wäre ja nicht mal so schlimm, wenn jeder so seine Meinung haben, weißt du, ich habe ja nicht mal was dagegen, wenn jemand eine rechte Meinung hat, aber solange, weißt du, es darf gerne auch demokratisch sein, und nicht Leute herabwürdigen, und wer in seinem Namen, The White 88 Kill hat, weiß ich nicht, Digga, ob du nur eine rechte Meinung hast, oder ob das nicht schon, deine EI 88 für HH steht, vielleicht nicht sein Geburtsdatum, aber, hey, ich will keinen Vorurteil bedienen, laut Wikipedia, 3600 Mitglieder, ja, auch das wäre für mich heute kein, kein Schock gewesen, wenn man sagt, okay, man verbietet die NPD, es gab jetzt, ähm, ein Verbotsverfahren, und die NPD ist verboten, die 3600 Leute, wen juckten das, ja, ist, ist eine Zahl, habe ich jetzt auch keinen Bock, wenn die, ähm, alle gemeinsam auf einem Dorf feststehen, will ich die da auch nicht sehen, aber gemessen an, gemessen an der Einwohnerzahl, 83 Millionen Menschen in Deutschland, ja, Pimmelzahl, ja, und das ist auch okay so, ist gut so, aber jetzt reden wir auch wirklich, äh, in dem Bereich, in dem Bereich, dass wir, heute, wie viele Durchsuchungen sind gelaufen, sind da 10 Durchsuchungen gelaufen, das heißt, äh, keine Ahnung, 10 Leute, dann werden noch ein paar aus dem Umkreis dazu gezählt, dann reden wir vielleicht von 20 Aktiven, die sich Mitglieder nennen dürfen, dann gibt es noch, so, was sehe ich, 10, 20, 30, 40 Leute drumherum, lass es im Groben und Ganzen, wenn nicht jeder auf dem Zettel war und so weiter, reden wir vielleicht von 100 Leuten, harter Kern von 10, 20, 30, 40 Leuten, ähm, keine Ahnung, Alter, ob das, ob das, für das, was heute dann berichtet worden ist und so weiter, und dafür, dass der Fund dann für mich einfach auch nicht groß genug ist, ja, schade, da gibt es, gibt es auch andere Baustellen und andere Menschen und andere Dinge, auf die der Staat sich konzentrieren sollte, im Bereich des Extremismus, auch im Rechtsextremismus und auch bei anderen Extremisten, aber es ist trotzdem ein Zeichen, aber ob es jetzt hilft, diese Menschen unter Kontrolle zu behalten oder unter Beobachtung, weil so, so, so hart das jetzt klingt, wird wahrscheinlich jetzt sehr kontrovers diskutiert werden, können wir noch diskutieren, bevor der Stream zu Ende ist, ich sitze heute sehr unangenehm, beim Sport, da bin ich glaube ich verrenkt, muss ich erstmal wieder vier Wochen Sportpause machen, also, ja, jetzt schreibt hier jemand, ähm, die Antifa sollte auch verboten werden, ja, die Antifa ist ja auch keine, äh, auch keine feste Gruppierung, das ist es ja, die Antifa ist ja keine, ist ja auch keine, keine Sache, bei der du Mitglied wirst, und ich glaube auch, dass auch die Antifa in gewissen Dingen, ähm, ähm, beobachtet wird, und das ist auch richtig so, Philipp, das Grammophon, das ist das Original, und fund's das noch, ja, ich bring das auch bald zum Laufen, ähm, ich hab nur, ähm, der Nupsi, alter Digga, beruhig dich, Philipp, der Nupsi, der drauf ist auf dem, auf dem, äh, Grammophon, der ist zu groß für meine Shellac-Platten, ich hab letztens versucht, die Shellac-Platte drauf zu machen, und jetzt, ich hab's echt versucht für euch, Leute, ähm, und das ist aus der Shellac-Platte geworden, hab ich meinem, meinem Vater noch nicht gebeichtet, die hab ich mir nämlich von ihm geholt, ich weiß nicht, ob meine Mutter das jetzt oben guckt, meine Mutter guckt ja meine Streams auch oft, hallo Mama, schreib mal was, schreib mal was rein, Mama, in den Stream, also die Shellac-Platte hat's nicht überlebt, ich brauch eine größere Shellac-Platte, okay, was ich jetzt sagen wollte, ist nämlich, ähm, was ich jetzt mal nicht sagen wollte, ist, was zu manchmal zu sehr viel Hate führt, ist, es ist nun mal notwendig, dass es diesen Verfassungsschutz, Staatsschutz und so weiter gibt, dass es diese Überwachungsbehörden gibt, weil wir nicht wollen, egal, ähm, egal, ob es religiös ist, ich hab keinen Bock, dass Islamisten mit AKs durch die Straßen laufen und auf irgendwelche Redaktionen schießen, ich hab keinen Bock, dass, ähm, Linksextreme mit Molotow-Cocktails oder Steine auf Polizisten schmeißen oder, ähm, einen Bürgermeister in Hamburg angreifen, und ich hab keinen Bock, dass Neonazis in einen Dönerladen stürmen und dort, ähm, Menschen erschießen. Das, was hier immer falsch verstanden wird, ist, als wenn ich dann immer den Rechtsextremismus verteufel und jetzt selber ein Linksextremer bin. Ich bin nicht mal ein Linker, Alter. Ja, also, ich find nur einfach alle Extremisten kacke, ja. Wie kann man das dann nicht verstehen wollen? Und das, was ich jetzt meine, ist halt, wir brauchen diese Überwachung damit, bevor die losgehen, dass dort zugegriffen wird. Das ist einfach notwendig. Wir, ich selber, habe einfach keinen Bock drauf, dass hier auf diesen Straßen diese Dinge passieren. Wenn jemand hier eine bessere Lösung hat, wie man das vermeidet, dass Extremisten auf die Straße gehen und Menschen töten und Menschen angreifen, der soll sie jetzt hier doch mal reinschreiben. Der soll das mal reinschreiben. Dann komm mal, komm mal aus der Ecke mit deiner Klickschlüssel ran. Schreib nicht nachher, wenn ich im Bett liege, dann unter meinem Video und schreib mal rein, öh, fette Sau, hast keine Ahnung, Alter. Ja? Bald ist Ende mit fette Sau. Brauchst eine neue Beleidigung, Alter. Ja? Ja? Das würde ich immer falsch verstanden mit dieser Beleidigung. Bist ein linksversifter Merkel-Jünger und guten Mensch und so weiter. Mann, halt doch einfach deine dumme Fresse, Alter. Dünne Sau kommt da. Ja, es gibt keine andere Lösung. Es muss, und ich selber habe damit nicht mal ein Problem. Ich sage mal heute, ich lebe ein Leben, ich bin ja nun auch echt ein Spießer geworden, ja? Freitagabend, Sonnabendabend habe ich um 21.30 Uhr die Puschen an, Alter, und guck, Netflix, Amazon oder ich daddle hier bei YouTube rum. Und ich habe nichts mehr zu verbergen und wenn der, wenn der BKA, wenn das BKA, der Verfassungsschutz oder so mich mal durchcheckt, dann ist das nun mal so. Meine Güte, sie müssen ja nicht gleich an der Tür klingeln und die Tür einrahmen, das machen sie auch nicht mehr. Die können meinen Rechner durchsuchen, ist mir noch Pimmel, Pimmel egal, was für Bilder ich da habe und wenn ich letztes Wochenende ein Penisbild gemacht habe oder ein Arschboto, ist doch scheißegal was. Wenn es der Sicherheit dient und ich habe den Anlass gegeben, dass ich hier mich bewaffne und irgendwie gegen Menschen, gegen Menschen, gegen Menschen vorgehen möchte mit Waffengewalt, dann muss das doch einfach mal so, dann muss das doch einfach, dann muss man doch dagegen auch was tun. Welchen Weg soll man denn sonst gehen? Das ist für mich die Frage. Ich bin gerne ein linker Gutmensch, ja, ist auch die Frage hier von Twitch. Ich möchte mal wissen, warum das Wort gut und Menschen in Deutschland zum Schimpfwort wurde. Das ist für mich auch die Frage, wo mich letztens jemand als, jetzt machst du einen auf guten Mensch. Ja, und? Ja, also, ja, die Überwachung nutzt nichts. Doch, das ist das große Problem, das ist das große Problem, dass vieles auch nicht, dass vieles auch nicht gesehen wird, was durch Überwachung und so weiter auch verhindert wird. Das ist auch eine schlechte Kommunikation der Behörden. Immer wieder haben wir das gesehen, es gab auch Vorbereitungen für Anschläge, auch bei Radrennen und so weiter und das müsste man mal alles raussuchen. Trotzdem ist es trotzdem der Weg, es so zu versuchen, was soll man denn sonst machen? Ja, also, deswegen gehört es für mich dazu und wenn jemand auf die Straße geht und der zieht ein T-Shirt an, wo Al-Qaida draufsteht und dann zieht ein T-Shirt an, wo draufsteht C-18, Terror Machine, dass dann, und ein Foto wird gemacht und der geht auf ein Konzert und der trifft sich konspirativ mit anderen Neonazis, dass der in die Überwachung kommt, Oh mein Gott, ich bin schockiert, dieser Staat ist ein Überwachungsstaat, ja, jemand schreibt auf seinen scheiß T-Shirt Terror Machine, ja, und dann wundert er, und dann wundert er sich, und dann wundert er sich, dass, dass es dann dort eine Überwachung gibt. Das ist ja einfach nur, das ist ja einfach nur das Beste, das kann ich ja richtig abfeiern einfach, also, da weiß man dann auch gar nicht, was man dazu sagen soll und, ähm, dass es dann, äh, dass dann da eine Überwachung stattzufinden hat, steht für mich außer Frage, das muss auch so sein und, ähm, das soll auch so bleiben. Das ist einfach so, für mich, äh, geht das einfach darum, dass man dann die, äh, die Demokratie damit so und so schützen muss und, bei allen Verfehlungen, die die haben, welche Rolle die gespielt haben, bei irgendwelchen Prozessen, bei Aktenvernichtung und so weiter, dann muss man, dann muss man da auch wirklich gucken, ähm, was jetzt da mit der, äh, mit der Behörde, manchmal wer kontrolliert, die Behörde, die kontrolliert, das muss man auch immer mal gucken und so weiter, ist alles kein Problem, aber grundsätzlich sehe ich das so, wer sich outet, wer sagt, ich bin bereit, Waffengewalt einzusetzen gegen, ähm, gegen Menschen, die, ähm, nichts mit Waffen, nichts mit, äh, damit zu tun haben und so weiter, dann gehörst du beobachtet und, äh, da ist für mich auch die Grenze gezogen und es ist auch wichtig, Leute, das ist auch wichtig. Wer eine andere Idee hat, der soll es gerne mal sagen und, ähm, dann können wir darüber gerne diskutieren, welche Idee es da gibt. 4.1 Schöne, wie du lügst. Boah, ich könnte kotzen, ich könnte so kotzen, Mache ich gar nicht gucken, also, ich will mich darüber jetzt gar nicht so doll aufregen, ähm, aber ist nun mal so. Ja, äh, okay, also, denkt dran, dass wir vielleicht nachher mal gucken, dass wir, äh, um Mitternacht gibt es vielleicht noch was bei RTL von mir im Nachtjournal, im Magazin, mal gucken. Ja, Testspiel, nicht so relevant. Ist auf jeden Fall schön, dass ihr mit dabei wart. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und, äh, Mailman Bodo, ähm, schreib mir den Mail, immer wer, äh, eine Idee hat für einen Stream, soll mir den Mail schreiben, an info at extremistlos. Bis dann, ändere doch mal deinen Name, thewhite88killpuro. So sieht es aus, wer sowas outet, muss mit Überwachung rechnen, zu Recht, so wie der HSV seit 5 Jahren um Abstieg gebettelt hat. Ja, man, ist so. Also, vielen lieben Dank an die vielen Mitglieder, die diesen Kanal hier mitstützen. Wir werden hier demnächst eine neue Tapete im Hintergrund haben und hier umbauen. Das ist alles möglich durch die Leute, die hier Mitglied auf diesem Kanal werden und das unterstützen. Wir wollen auch eine neue Streaming-Kamera holen, ihr seht das. Wir müssen auch hier am Licht noch arbeiten. Das ist immer alles mit eurer Unterstützung möglich, das will ich ganz ehrlich sagen. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen erreichen können und ich möchte das auch, dass die das verstehen, die hier sich dem Extremismus noch nahe fühlen. Und, äh, mir geht es hier nicht gegen den Extremisten. Ich kann es immer wieder sagen, wir von Extremistlos haben den Leitspruch, wir sind gegen Extremismus, aber nicht gegen den Extremisten. Da ist ein großer Unterschied. Danke, Steve. Ähm, und zwar der Unterschied ist, man kann ja die Ideologie bekämpfen und die Scheiße finden und so weiter, aber wir finden den Mensch, der dahinter ist und egal, wer dabei ist, den finden wir nicht scheiße. Wir gehen nicht auf das Niveau runter von Extremisten, das wollen wir einfach nicht. Deswegen gebe ich das an jeden raus, der da drin ist. Egal, ob du gerade in diesen Strukturen bist und mich gerade hasst und diese Community hasst und irgendwelche Menschen hasst wegen ihrer Religion, wegen ihrer Hautfarbe, ich habe das alles selber durch. Ich habe es selber alles durch. Wenn du trotzdem irgendwann zurück möchtest, dann kann ich dir sagen, weiß ich, hier in meiner Community gibt es hier hunderte Menschen, die dir ein Ohr leinen würden, die dir zuhören und die dir wieder helfen würden, wenn du das möchtest, dein Weltbild abzulegen, egal, ob du ein Islamist bist, ob du ein Linksextremist bist, ob du ein extremistischer Veganer bist, der auch Menschen attackieren möchtest, weil die Fleisch essen oder ein Klimaextremist und du möchtest wieder zurück, dann wird diese Community dir wieder diese Hand reichen. Mir wurde sie gereicht und das ist die Botschaft von diesem Kanal. Das ist hier keine Werbung für Links, keine Werbung für Rechts, keine Werbung für irgendwas, sondern hier geht es darum, dass wir versuchen, den Menschen zu zeigen, dass Extremismus keine Lösung ist. Es darf Reibung geben in dieser Demokratie, es muss unterschiedliche Meinungen geben und so weiter. Wer aber meint, er muss die Meinung aufzwängen und er hat einen hundertprozentigen Wahrheitsanspruch, der hat einfach nichts verstanden und deswegen, wir reichen wieder die Hand, wenn du irgendwas, wenn du irgendwas, welche Zweifel hast, dann schau dir viel an, beschäftige dich, spreche Leute an, schreib in die Kommentare, melde dich per E-Mail und so weiter. Das möchte ich nur noch mal mitgeben, das ist ganz wichtig. Also und, es ist eine Wohltat nachher, nicht mehr irgendwelche bedruckten T-Shirts mit 30 zu tragen, wo man auffällt und im Supermarkt rollen die Leute die Augen, wenn man vor einem steht. man kann sich ganz normal wieder kleiden mit bedruckten Pullover. Ja, okay, das war gut, das war lustig, oder? Ja, fand ich auch. Also Leute, vielen lieben Dank, Community, Dankeschön, dass ihr wie immer alles so stützt und ich, Mann, ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Ich bin ganz schön K.O. jetzt, ey. Achso, hier, hier gibt es noch das Buch bei King oder den Kongs. So, jetzt aber wirklich eine Häufung.